Auf Platz 2 schafften es Vater und Tochter mit ihrer Geschichte, die wirklich unter die Haut ging. Auch Sie sind heute erneut wiederwählbar mit der Endziffer 02, Alex D. und Anne Madeleine mit wir zwei allein, heute Nacht. Heute Nacht bin ich aufgewacht, ich weiß, sie hat da oben grad an uns gedacht. Sei ganz still, ich hab das Gefühl, dass sie dir und mir was Wunderbares sagen will. Daddy, weißt du, ich wär so gern ein Stern, so wie Mami, so unerreichbar wär. Wir zwei allein, heut Nacht. Hey, was glaubst du, was sie grad macht? Wie man da wohl wohnt, hinterm gelben Mond. Wir zwei allein, heut Nacht. Ob ein Engel auch mal Unsinn macht, gibt's dort goldenes Gras und macht Fliegen Spaß. Ich war erst zehn, sie war so schön. Wenn ich träume, kann ich dann bei ihr sein. Und sie sieht mir immer noch aus deinen Augen zu. Wenn ich träume, kann ich dann bei ihr sein. Die sagt ehrlich, dass ich noch manchmal war. Wir zwei allein, heut Nacht. Hey, was glaubst du, was sie grad macht? Wie man da wohl wohnt, hinterm gelben Mond. Wir zwei allein, heut Nacht. Ob ein Engel auch mal Unsinn macht, gibt's da goldenes Gras und macht Fliegen Spaß. Wie man da wohl wohnt, hinterm gelben Mond. Wie man da wohl wohnt, wird's da goldenes Gras und macht Fliegen Spaß. Was glaubst du? Good night, darling. Now you wipe the tears from your eyes. Cause daddy's here. And I'll always be by your side. Good night.